... leitet ihr Institut in Berlin und war von 1993 bis 2000 Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Familientherapie DAF. Mit der Einladung zu diesem Vortrag ist die Idee verbunden, dass die alltägliche Wirklichkeit von Kindesmisshandlung, Kindestötung und schweren Gefährdungen des Kindeswohls in der systemischen Psychotherapie und in der sozialen Arbeit insgesamt mehr und besser verstanden werden und mehr Beachtung finden. Und einen Hinweis des Tagungsveranstalters, den möchte ich gerne wörtlich zitieren, weil er auch noch ein paar Einblicke gibt. Zitat ergänzend ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese beschriebenen Ereignisse eben nicht nur durch die direkte Interaktion von Eltern gegen ihre Kindern erklärbar sind, sondern dass es eine Vielzahl von strukturellen Gründen gibt, die letztendlich die Kindeswohls Wohlgefährdung bis hin zur Kindestötung zumindest begünstigen. In der Forschung, die wir zu diesem Thema durchgeführt haben, haben wir in allen Fällen, in denen Kinder entweder schwerst geschädigt wurden oder sie zu Tode gekommen sind, wahrgenommen, dass komplexe professionelle Helfersysteme an der Versorgung dieser Familien beteiligt waren und trotzdem sind diese Katastrophen passiert. Nach unserem Verständnis ist es zu einfach zu sagen, dies waren die Eltern oder Jugendämter haben versagt. Solche Zuschreibungen lenken nur von dem wirklichen komplexen Bedingungsgefüge ab, dass diese Realität der Schädigung von Kindern erklärt. Insofern herzlich willkommen, Frau Dr. Kohn, ich darf Sie mir in den Vortrag bitten. Danke und danke Herr Schachowske, wo sitzt er gerade, für die Einladung, weil ich bin ja bei dem Thema natürlich auch politisch unterwegs, weil das ein Thema ist, was Kinderschutz kann man nicht denken ohne auch Politik, nicht nur weil Kinderschutz gerne Schlagzeilen macht, sondern weil es auch ein Thema ist, was viele Leute natürlich beschäftigt. Lauter? Wird es besser? Kann man es höher machen? So, jetzt muss ich erst mal Test machen. Jetzt besser? Jetzt besser? Okay, das wird nicht an meinem Schal liegen, glaube ich. Okay, ich bin auch etwas heiser, vielleicht liegt es daran. Also, ich versuche nochmal. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was sehr hochpolitisch besetzt ist. In den 70er Jahren sind die Kinderschutzzentren entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie jeder Tage den Film gesehen haben im Fernsehen in Wiederholung, als alle schwiegen, glaube ich, hieß er, über die Heimerziehung, die brutale Misshandlung der Kinder in den Heimen, in den 60er, 70er Jahren dann endlich thematisiert, sich überhaupt nicht mit Kinderschutz zu beschäftigen. Kinderschutz ist überhaupt eine sehr moderne Angelegenheit, wenn Sie sich mit den Ansätzen von Moos beschäftigt haben. Ich glaube, 1850er, 70er Jahre ist überhaupt, ist erstmal über Kindesmisshandlung gesprochen worden. Kinder waren ja vorher kein Thema im Sinne von, dass man sie besonders beachtet, waren eher kleine Erwachsene. Die Entwicklung hat ja dazu geführt, und das habe ich selber in den 80er Jahren gut miterlebt, dass man sich sehr mühen musste, dass unter anderem Jugendamt, Sozialarbeiter, aber auch andere Helfersysteme überhaupt hingeguckt haben und bereit waren zu sehen, was mit Kindern passiert. Dann hat es Anfang der 80er Jahre auch eine Welle gegeben, dass man bereit war, mehr hinzugucken bei sexuellem Missbrauch und dann zunehmend auch bei Vernachlässigung. Ich habe jahrelang immer wieder mitbekommen, wie schwer es war übrigens auch im Bereich von Drogenmüttern. Ich bin da dankbar, dass Menschen wie Herr Stachoske dazu Forschung machen, wo also die Jugendämter nicht es für notwendig geachtet haben, Urinkontrollen zu machen bei diesen Müttern und geglaubt haben, also dass wenn sie auf Methadon sind, dass sie keinen Beikonsum machen und all diese Dinge, also die dazu auch geführt haben, dass man, wenn man in dem Bereich länger unterwegs war, dass man zwischendurch das Gefühl hatte, die Kinder werden nicht ausreichend berücksichtigt mit dem, was da an Sachen in den Familien geschieht. Und dann konnte man aber sehen, das fing ja mit diesen Kindern in Finkengrug an und in Frankfurt-Oder, dass sich die Presse gedreht hat und dann ist es zu dem gekommen, was wir heute haben. Heute haben wir eine Kontrollideologie, die meines Erachtens mindestens kritikwürdig ist und die Eltern potenziell als Täter alleine darstellt und als Jugendsozialarbeiter oftmals als unfähig und was immer. Ich würde gerne auf einzelne Aspekte eingehen und dazu gehört auch Statistik und ich muss leider aus Zeitgründen einiges überhopsen, aber wie Sie sehen können. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man statistisch erfassen kann, wenn Kinder zu Tode kommen und ich möchte gerne zusammenfassend sagen, also 2012, ich habe diese Zahlen genommen, weil Zockers sich auf das Jahr 2012 bezieht, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Deutschland misshandelt seine Kinder, ein Skandalbuch, was ja viele Schlagzeilen gemacht hat und zu einem regelrechten Bashing von allen möglichen beteiligten Helfersystemen geführt haben. Und man kann aber sagen, dass in den Jahren es immer um die Zahl immer etwas unter 100 oder über 100 war, insbesondere nachdem das Gesetz geändert wurde, das elterliche Züchtlingsrecht zu streichen. Ich habe noch ein paar weitere Zahlen zusammengetragen, die polizeiliche Kriminalstatistik. Sie können aus den Zahlen sehen, dass es sich in einem ähnlichen Rahmen bewegt und wie das so ist mit allen Statistiken, die sind natürlich davon abhängig, also wie zum Beispiel das Anzeigeverhalten aussieht, die Kontrollintensität der Polizei oder auch die Bewertung dessen, was eine Straftat ist. Zum Beispiel gibt es ein ziemlich deutliches Nord-Süd-Gefälle im Süden, Bayern und Baden-Württemberg, ist die höhere Zahl von zwei vollkommenen Sorgerechtsentzug als in anderen Bundesländern und Saarland auch noch. Zockers hat hochgerechnet, also aufgrund einer polizeilichen Kriminalstatistik-Fall, dass es 400 bis 500 nicht erfasste Fälle geben würde. Daraufhin hat er hochgerechnet, also wie viele Kinder da überhaupt in Deutschland missbaut. Er kommt auf die Zahl von 200. Diese Zahlen sind nicht empirisch fundiert. Es gibt Revalenzstudien, die sich das genauer angucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017